Ja, ich töte sie einfach. Fertig. Aber auf deiner Seite ist der Power Forward, gell? Ja, ist doch mir egal. Das ist die billige Hand links. Ja, ich kniet alles um, was mir entgegenfährt. Schau. Also nicht gleich drücker, stellen wir noch die Butze ein. Was? Gleich drücken? Nicht gleich drücken. Aha. Gleich drücken. Hä? Hä? Warum soll ich nicht gleich drücken? Hä? 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 We have just begun. With Eddie Olchek and Ray Ferraro, I'm Mike Emmerin. Nice poke check by Ovechkin. Oh ho ho, that's more than your normal rub-out. What a save. What skill by both Kooli and Shooter. Terrific. To me I'm going to find a way to find a way to put the puck in the alley. Hey Pastor, give that goalie credit for another. I'll win. Die schießen einfach wieder drauf durch. So. In dem Fall schon. Scheiße. Can he make up chasen? Good quick poke check there. Leute, I'm going to go out of the party. If I'm not finished, I'm going to go here. Where are we going here? Four minutes. Du bist da, Dexer. Dexer? Ah, komm, 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 komm. Boah, abgefälscht. Oh, das ist ein geiler Check. Ich bin immer leicht verletzt, wenn ich so einen Hit-Dock will. Ah, so, Jenny guckt zu. Also strengt euch an, Jungs. Ja, weil sie doch am Arbeiten ist. So wie es aussieht. Die können nix, Axe. Die können nix. Die können nix. Die können nix. Ah, ja. Wow. Wow. Ah, ja. Aye, aye, aye. ...carried toward the neutral zone. And the puck is seized by Jack. Making headway through center ice. Good defensive play, hand to eye in center ice. Terrific determination by Ovechkin. Play to be made now by Stevens. Berlin's in control of the puck up the wing. Heads on to the corner. Kicked out of the scrum. The trippy sticks carrying on in their own end. And he takes the heat off by clearing. On side. Nee, der war, ich hab'n gefordert. ...two sticks together, they cancel. Heads on. ...as that pass off the boards. Drill. Moving it to Zygamani. The wolves in their own end ready and attack. Looking to the camper. Backhand her to the net. Picked up by Alexia. Scrum over puck kicked. Boah, haut der mir grad'n Stück hoch. ...the puck check worked. ...clock collected by Stevens. ...turned on net. Great point blank save. ...he missed opportunity from this close in. ...good defensive play. ...lose puck though. ...the camper. ...in the crease. ...in the crease. ...the start. ...yeah. ...pressured out. ...the clock has bled down to the last. ... ...the penalty coming up, but it's at the late call. ... ...but it's at the late call. ...with all the baseballs and the referee will hand out a penalty. ... ...uhh. ...the trippy sticks received two minutes for holding. ...gave him a good shot, but a great pat answer there. ...and quickly to Elliot. ...one timer, got a piece of that one. ...tries to clear. ...and that was the first thing you said there. ...I also. ...myndenstens noch abgefälscht oder sonst irgendwas. ... Ach, scheiße. Wir müssen trotzdem hinter aufpassen. Ich sehe es, komm, wir kriegen irgendwas so ein blödes Eis. Was? Trotzdem hinter aufpassen. Was? Wann geht's denn los? Oh, das ist so danger, mach das. Schöne Spielstüge, sagt Jenny. Danke, danke, Jenny. Das ist halb. Und der Puck ist grabbar von Jack. Great job, die Slip-on-Buy. The Trippiesticks are back even. Ja. Perfect pass. Ja. He he. Oh, Peter will nicht abspielen Das stimmt gar nicht, Schade Rechts kommt sie Das war doch mal ein Penalty-Killing Der gilt noch, kein Icing Oh 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 Man kann schon nicht rein Oh 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 gesamt Oh 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 Da ist er hinter, hinter, hinter. Missverständlich hätte er ein bisschen fahren können. Oh. 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 Wieso ist der nicht verletzt? Wieso denn? Döden ja immer. Rühwoll. Eik da, eik da, eik da. Was? Wie? 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 Hops! Wie? 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 Ach komm! Gibt's doch nicht so eine Granate! Wie? Wie? 1-0. So, wieder links, äh, links hoch. Links, oben. Ah, scheiße. Kannst mich schön hochziehen. Oh! Oh! Steht der Verteidiger drin. Oh! Das gibt's doch nicht da. Jetzt noch ein Glitcher rein und gut ist, oder? Wenn da was. Ah! Ah, scheiße, das ist so. Ah! Ah! Wie? Wie? Ah! 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 Das ist so. Ja ja. Ja ja, das ist pannendlich. Ja, da laufe ich rüber. Dann fällt es dann vielleicht sogar ab. Ja, ich kenne die Nix und Haaren sich so ein blödes Kisch... Oh, jetzt hast du getötet. Was ist das? Ach, nimm doch das Ei mit! Ja, ich halbbedarf gelassen. Vielleicht Frise. Ja, auf Skullschießen ist immer gut. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich halbbedarf gelassen. Ja, ich halbbedarf gelassen. Ah, Niklas ist wieder da. Dann können wir noch mit Goalie spielen. Ja, da spielst du ein High Goalie wieder. Ja, ich halbbedarf gelassen. Noch drei Minuten, jetzt müssen wir aber... Gibt es denn nicht? Oh, schade. Ja, ein bisschen da. Äh, ich habe es gar nicht verstanden, er war konzentriert. Okay, dann hol ich nochmal ein drittes Mal. Ja. Wie ist der gerade hinten? Ja, 1-0. Ach so. Nichts. Ja. Ah, Mann. Warnach sind klar die Besseren und geht einfach nicht rein, das Scheißdrechsei. Jawoll! Das nenne ich Eishockey. Geil gemacht, Dexa. Doch, Overtime. Fünf Sekunden Verschluss, gönn uns den Punkt. Weil die Nummer war ganz klar verdient. Ah, ja. Ich gönne euch ja den Punkt, aber den macht jetzt wenigstens. So spät das nächste Tor. Okay. Ja gut, wenn 1-1 nach dem dritten Drittel steht, weiß ich wie viele Tore so allgemein Qualle sind. Oder wie lange wir brauchen. Du kannst ja bei Twitch zugucken. Ja. Ja. Zu dritt, ne? Im Dexa, Thurgau und ich. Ich will meine eigene Spielsinn, kann ich das auch sehen so leicht? Äh, ne, musst du es ja übertragen. Ja, aber deine Übertragung kann ich auch schauen. Meine Übertragung? Ja, aber nicht auf der Playstation. Du musst auf dem Handy gucken. Dann hast du auch den Chat, äh, äh, mit der Jenny. Äh, Jack unterstrich der Ripper 81. Jaaa, schon immer vorher waren es mal 3 auf einen Schlag. Freitagabends, ja, ja. Freitagabends ist immer fülllos. Wobei ich jetzt auf YouTube umziehe. Achso, vergesst ein Folo nicht, dann ist doch klar. Ach, cool. Wow. Du machst den Chat oben anlaufen, ne? Ja. Schade. Du bist blöde Puss. Du bist ja auch auf dem Bauch scheiße. Bin ich ja fast gar nichts zu machen wieder, wißt du? Klar siehst du da den Chat, aber... Ich streame auch normalerweise über den PC. Das war mir nur heute Abend zu viel Stress. Jawohl, da ist sie. Ja, wir brauchen auch die Punkte. Ja, vor allem das wäre jetzt ärgerlich gewesen gegen die. Also gegen die jetzt zu verlieren wäre echt ärgerlich gewesen. Ja, wir warten ja viel besser. Naja, immer Druck vorne, alles. Komm, Toga, dann machst du noch eins mit. Ja, du kannst dir ja noch ein bisschen zugucken. Dann schreibst du in den Chat rein. Hey, Käse schmeckt trotzdem. Was für ein Käse? Cool wie? Toll ist Käse. Toll ist Käse. Cool auch Käse. Doll, du bist Käse. Ja, na geht Niklas ins Tor, oder? Das ist ein Ton, Br keennd. Kein Ahnung...